Sneakers, Skateboards und Beanies. Das ist die Streetwear-Messe Bright. Und auch wenn man es nicht ganz glauben mag, auch diese Messe ist Teil der Modewoche und präsentiert die neuesten Trends in Sachen Urbanwear. Die Trends verändern sich ständig, aber momentan gibt es viele Beanies, T-Shirts mit großen Prints und die Farbe Schwarz ist auch wieder am Kommen. Und man sieht viele verschiedene Muster. Wie man die neuesten Trends dann am besten kombiniert und wie man den Urban Style definiert, bleibt dann jedem selber überlassen. Der Urban Style ist im Endeffekt eine Jeanshose oder eine Chino. Das kommt dann halt auf den Schnitt drauf an. Ja, und dann halt einen Pulli ohne viel Druck drauf, sondern es geht vielleicht eher um die Farbe und um den Schnitt. Eine Messe wie die Bright ist jedoch nicht an jedem Standort vorstellbar, sondern braucht eine hippe Stadt wie Berlin. Berlin ist das Zentrum Europas und das Ziel vieler junger Menschen. Egal ob fürs Wochenende oder für immer. Es gibt viel Energie und Kreativität und die Trends kommen aus dieser Stadt. Und so werden auch abseits der großen Modenschauen in authentischer Atmosphäre neue Trends gesetzt und der Streetstyle von morgen vorgestellt. Bei diesen bei dem zink hela zwar